Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Disgaea Afternoon of Darkness. Das letzte Mal gab es eine ganz kurze Zusammenfassung von dem was ich da gemacht habe in der Item World. Ich bin nämlich in der Item World um Lahals Waffe zu leveln, nennt sich Common Sword, ist von der Klasse Legend. Meint, dass es die Rarität hat, die höchsten Statuswerte. In dem Sinne lohnt es sich durchaus das Ding weiter zu leveln, vor allem weil ich dann am Ende noch was zeigen kann. Ich habe den Item King besiegt und ansonsten habe ich noch einige andere lustige Items bekommen in der Item World teilweise. Teilweise habe ich es mir gekauft. Wie man sieht, gibt es hier so einige interessante Sachen, die selten oder gar legendär sind und ich will mich jetzt zu sehr mit aufhalten. Was ich noch zeigen könnte ist folgendes. Ich habe einige Absprünge durchgeführt und das Resultat war, dass ich mir jetzt hier Schuhinventar kaufen kann, genauso wie Gürtel. Genau. Das einzige was mir jetzt noch fehlt sind Brillen, aber die kommen ein Stück weit später hätte ich behauptet. Denn jetzt ist genug gequatscht und entsprechend gehen wir einfach mal weiter und machen die nächste Stage. Nächste Map, je nachdem halt. Ich will nach Hause gehen. Warum ist es so heiß? Na gut, wenn ich über Lava durch die Gegend schwimme, dann erklärt sich das doch, glaube ich, Franz selber, oder? Ja, da möchte ich ganz unrecht haben. Huh? Ich bin gut. Oh, komm! Ich werde dich töten, wenn du sagst, dass die Engel nicht schweigen oder sie in den Kühlschrank gehen müssen. Haha, das klingt ein bisschen Konzept. Aber ich glaube, das ist wohl nicht der Fall. Nein. Die Medizin, die mir eine Prinny hilft, scheint mir zu helfen. Huh? Eine von ihnen gab dir eine Medizin? Die Prinny sind nicht so nett. Du musst dich hallucinieren. Nein, das ist wahr. Ich fühle mich jetzt viel besser. Okay. Welcher von ihnen war es dann? Ähm... Hätten hätte ich behauptet. Aber sicherlich keine der drei. Wir alle sind das gleiche. Aber das ist wahr. Ja, ja, das Halt muss mir zu dir kommen. Ich erzähle dir die Wahrheit. alles klar los geht's was haben wir hier auch level 9 ja der grund weshalb ich das so sage ist natürlich dass durch die item world meine charakter stück weit nach oben gelevelt worden sind und entsprechend habe ich jetzt natürlich deutliche vorteile dann würde ich sagen machen wir einfach mal und die ko 15 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 joo ich habe mir zumindest meine schwächsten habe ich auch nicht vor zu leveln bringt relativ wenig meines erachtens nach nun gut ja magier lernen auf einem bestimmten level die mega magien oder in dem fall sieht das mega eis und schauen wir einfach mal wie es wirkt ein bisschen schwach ja wundert mich nicht für so eine resistenz nun gut dann machen wir es wieder auf die aktivierte methode lacht mir einfach alles ab und fertig jetzt wäre er nie da gewesen ja irgendwann nächstes raus ja 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 Genau richtig für irgendjemandes zu machen. Und ein Level Up. Es ist unser Level 9. Ich looet so. Gefällt mir soweit. Leider ist es etwas schwierig, nach hinten zu kommen. Entsprechend müsste ich vielleicht mal kurz mein Equipment wechseln. Jetzt schon. Jetzt können wir anfangen. Nun, das habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Oh, mal, Flom, mach raus. Ach, krumm. Siehst du hinten hier, oder was? Tatsächlich. Äh, okay. Dann machen wir das. Gleich noch mal. Okay, wohl. Das ist für mich. Normaler Fack ist ausreichend. So. Zack. Das hält mir soweit. Ich gehe mal hier her. Und a Tri-Burst. Und fertig. Wie man sieht, kann man die auch auf einem relativ hohen Level, relativ einfach zerschlagen. Nichts besonderes an sich. Da gibt es hier eigentlich von selber. 3 habe ich noch. Heiler hauen wir auf jeden Fall raus. Werfen wir da rüber. Der Kommut ist von unseren Gegner auf Level 11. Was macht mir Lust mit dir? Zack. Meine persönliche Empfehlung, immer schön starke Waffen dabei haben. Da geht die Sache auch deutlich einfacher und schneller. So. Geh mal. Warum? So, ich sag was. Werden wir hier nicht. Und das war's schon. Jo. Was mach ich mit dir? Ach, ich weiß. Genau, genau richtig. 11 hat er noch. Eine Attacke und weg ist er. So gefällt mir die Sache. Moment, Cutter. Vielleicht habe ich noch eine Person. Das heißt, wir müssen mal fix das Backhand ändern. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall beide. Hm, was mach ich denn danach? Das würde ich mal interessieren. Werfen wir mal meine Kriege voraus. Distanzkämpfe werden eventuell für Vorteile. Allerdings. Der ist, glaube ich, immer in der Nähe. Entsprechend machen wir das jetzt mal so. Jo. Alles klar. Wie eigentlich auch schon im Tutorial gezeigt, sollte man seine Leute nicht einfach mal kurz alleine stehen lassen. Denn das kann schnell böse enden. So. So. Hm. ein bisschen weiter joo damit würde schon machen erst weg und ein level ab Sehr gut, Heile ist weg, dann würde ich sagen, jetzt ziehen wir dich mal hier her und dann sollte die Sache denke ich mal in Ordnung gehen, ich kann im Moment nicht mehr tun, gehen wir mal die Runde. So, was machen wir jetzt? Ich dachte schon, dass ich mich so bewegen kann, Moment, ja, okay, ich habe Leben. Das ging irgendwie ein bisschen anders, als ich es gewollt habe, aber gut, ich kann mich eigentlich richtig verarbeiten. Okay, erstmal weg. Ah, sehr gut. Abner hat Asteroid Drop gemerkt. Meins hat ihre Waffen schon lang genug benutzt. Und entsprechend war das auch genau die Attack, die ich gewollt habe, weil man dabei ziemlich nicht für die Gegend auch einmal angedracken kann. So weit, so gut. Und machen wir aufklick weiter. In a blazing field. Hey, for future reference, what kind of guy is this Seraph? Future reference? Yeah, I may end up fighting him one day. I'm looking for your pendant. The least you could do is tell me. Well, I guess it's okay. No, it's not. Well, Master Leamington, the Seraph, is a very kind person. He loves flowers and poems. Now, wait a second. I only wanna hear about his weak points. Hmmm, so you look up to the Seraph? Yes, of course. Is there someone that you look up to? Me? The Lake King. What? Then you don't look up to me? Nope. Why you? You call yourself a vessel? Yeah, sort of. Someone should teach you some manners. Enough of this. Let's find a pendant. So. Enemy boost plus 50. Unschönes Attribut, ehrlich gesagt. Und damit haben wir die Statuswerte der Gegner gleich mal ein gutes Stückchen versteckt, was ich alles andere als schön finde. Na gut, versuchen wir einmal dritzkomm. Wie man sieht, ist auch Lumi schon dabei, Mega Eis zu laden. Oh, so gefällt mir doch die Sache, lass sie gleich einfach kaputt machen. Gut. Was machen wir als nächstes? Als nächstes machen wir... Ach, schick mal weiter jemanden her. Zack, zack. Und fertig. Ja, Sennibus plus 50, lass sie sich irgendwie überhaupt nicht spüren, scheint sie so. Denn die werden hier gerade eben One-Hit getillt. So, wen schick mal denn als nächstes? Juuu. Obwohl... Oh, Rapid Fire. Hoppla. Also, als müsste ich das von hier ausmachen. Rapid Fire. Lasst uns mal ansehen, was das für eine Attacke ist. Zack, 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 zack. Gut, war jetzt sicherlich der Hammer. Kommt aber auch daher, dass das Level der Attacke relativ niedrig ist. Hälfte habe ich trotzdem abziehen können, das reicht schon aus. Wenn er nicht länger sein kann,ые hände ich jedenfalls runter. Oder doch. Wenn er nicht mehr Style-Hit kaufen will. Aber ich habe schon sehr viel Um die Gebäude sind gar nicht Era. Er hätte ich auch einsetzen können, um eine kaputt zu machen. Ihre Stärke hab ich maßgeblich unterschätzt. Aber es ist gut zu wissen. was könnte ich noch zunächst das machen ja bei ihrem mutter kürze ist etwas schlecht wen schicke ich da und ich bin obwohl ich mach das anders zack damals sind alle genau von weg jetzt bräuchte ich auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall hätte ich gesagt dass ich jetzt noch ja doch machen wir so die und die werfe nicht mal rüber und weißt schon aus wie ich bin halt ach so ja schaden 20% jetzt könnte ich mir die sache natürlich unheimlich einfach machen indem ich einfach den ganzen schaden auf die ganzen gegner hier haue aber dadurch kriege ich keine erfahrungspunkte das ist jedem selbst überlassen ich finde die erfahrungspunkte wichtiger als irgendwelche lächerlichen obwohl wir könnten sie zumindest noch abschließen ist ja nicht so dass wir da gleich voll dran gehen müssen brechen lassen wir das mal so wo holla richtig wir machen ja dann passt es auch schon alles klar los gehts Ach, hat doch nie werfen. Ach, was? Na gut, macht nichts. So, bewegen wir uns mal zurück. Die 2 hole ich auch mal zurück, da seid ihr zumindest sicher, so, Ende, der erste Zug vorbei und 20% Schaden. Wer ein wenig Mathematik kann, der wird feststellen, dass es nach 5 Minuten vorbei sein sollte. Zweite, in Ordnung, und die dritte Runde, jetzt kommt noch die vierte und danach muss ich mal den Block der wegräumen. Klar könnte ich das Ding jetzt in der fünften Runde beenden, aber wie schon erzählt, es gibt keine Erfahrungspunkte. Entsprechend wäre es klüger, wenn ich mich etwas zurückhalte und danach ein paar Leute dran lasse, die dann ihrs tun. Jola hat noch nicht mehr, das ist sicher. Ja, das ist schon auf ziemlich hohem Level. Wenn Annie muss kommt er nichts zu machen, dafür ist ZLA zuständig. Das können wir so machen. Zack. Ach, Chrom. Na gut, macht nichts. Macht nichts, Edna haben wir auch noch. Zack. Und Level Up sogar noch. Ja, wie schön ist denn das bitte. Alles klar, ähm, gut. Dann würde ich sagen, schicke ich meinen Drucken jetzt vor. Ich hab ihn die defensive. So. Ja. Jetzt mach ich. Ach, lass mich ja mal. steht machte nichts ja damit kein platz mehr was mache ich das manches mache ich doch wer für dich so lassen und dann sagen ich mal und wollen dann noch nicht so jetzt können hast du ein glück dass ich den konter nicht so ja manche funktionskonto manchmal nicht und soviel zu theorien so jetzt noch mal die praxis mega es kann jetzt alleine schon schlecht respekt was es abzieht so jetzt mal etwa hier ja ja mal was hier ja 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 in ordnung die schau mal nach vorn das hätten wir soweit damit kann man auch schon die runde bänden So. Okay, ein Level-Up. Das wäre für sich doch. so machen wir noch ein paar Leute da drüben stehen hier nochmal die Befeindigung so schützen, so kann man vielleicht eine Menge weiter rüber aufgewandt, deswegen ich spackieren so, rüber mit dir auch mal in die verteidigung rein danach könnten wir noch genau die etter habe ich auch noch wir gehen auch in die defensive und dann können wir auch schon jemanden und dann platzieren und dann sollte es anpassen gut enden die runde auch noch und fertig next Das hätten wir. Wir sind weit weg. Die Asteroid-Gereab brauche ich einen Spracherpunkt mehr. Schade, schade, schade. Und dabei habe ich insgesamt 84. Na gut, sei es drum. Dann machen wir das ein bisschen anders. Tauschen das Ding da aus. Und bewegen uns mal ein bisschen. So, was habe ich hier? Oh, die 6 ist zu wenig, das ist sicher. Passt die Shoot und die Paaler. So, das passt. Dann schicke ich die noch hier. Und dann ist die Runde auch schon so gut wie beendet. Das ganze Level eigentlich. Nicht mal die Runde. Ups. Ich bin ein bisschen nah dran. So, Rapid Fire. Kremieren wir etwas die Attacke? Ach komm. Ein einziger HP. Was soll ich davon schon wieder halten? Egal. Werfen wir die Aoi rüber. Und danach gibt es ein Mega Ice. Und die Sache funktioniert. Und die Sache funktioniert. Alles klar. Dann einigen wir uns mal. Gut. Jo, und danach hätte ich behauptet, dass es jetzt zu Ende ist. Hoffen wir es hat euch gefallen. Feedback würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Und bis dahin, macht's gut. Wie gut. Bis zum nächsten Mal.